Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Heute geht es darum, woraus besteht eigentlich das Licht? Das ist ja eine wichtige Frage, die auch schon im 17. Jahrhundert die Leute irritiert hat. Und deshalb geht es jetzt erstmal um Newton versus Huygens. Also auf der einen Seite stand Isaac Newton, sollte euch ein Begriff sein, lebte von 1642 bis 1726 und unter seinen vielen Untersuchungen hat er eben auch Licht untersucht und war der Meinung, also Licht ist ein Korpuskel, das war ein Wort für ein Teilchen. Und auf der anderen Seite steht Christian Huygens, der lebte von 1629 bis 1695, den kennt ihr inzwischen auch, weil ihr das Huygensche Prinzip kennen solltet und der sagte, Licht ist eine Welle. Jetzt ist die Frage, wie könnte man denn entscheiden, wer Recht hat und wie hat man das damals vielleicht auch entschieden, wer Recht hat? In der Physik meistens mit Experimenten. Gucken wir uns mal an, welche Eigenschaften hat denn so ein Teilchen? Teilchen prallen von anderen Gegenständen ab. Klar, oder? Können sich auch gegenseitig abstoßen, wie beim Billard. So, das wäre ein Teilchen. Wellen können sich überlagern. Das heißt, das haben wir auch gerade erst gemacht. Wellen, Wasserwellen zum Beispiel. Hier ist ein Beispiel, wo wir Wasserwellen in einer Wellenwanne haben. Hier unten haben wir die parallelen Wellenfronten. Und da sind zwei Lücken, hier und hier, in einer Wand und dahinter breiten sich die kreisförmig aus und können sich überlagern. Dann, ihr seht hier die grauen Schichten, die markiere ich jetzt mal in Gelb. Dieses Graue hier, das sind die Stellen, wo sich die Wellen gegenseitig auslöschen. Also destruktive Interferenz. Und in Rot zeichne ich jetzt mal den Teil, an dem wir hier besonders hohe Wellen sehen können. Bei Ton, also Lautstärke wäre das dann, dann hört man entweder gar nichts bei der destruktiven Interferenz oder den Ton sehr laut und klar bei der konstruktiven Interferenz. Jetzt wäre die Frage, wie wäre das denn mit Licht? Dazu machen wir einen Versuch. Und zwar schicken wir einen Laser durch einen Doppelspalt. So einen Laserpointer, so einen roten Laserpointer, kennt er im Prinzip jeder. Den schicken wir durch einen kleinen Spalt auf einen Schirm. Also hier haben wir den Doppelspalt. Und hier hinten haben wir den Schirm. Und dann gucken wir, wie das Licht aussieht. Wenn das Ding Teilchen wären, dann müsste ja eigentlich alles das, was hier vorprallt, abprallen, irgendwie nach links und rechts. Und alles, was so schräg geht, könnte hier hinten auftreffen. Und dazwischen müssten wir einen großen Teil von nichts sehen. Dann hätten wir hier sozusagen die Lichtteile, die da durchgehen. Die können jetzt hier nochmal reflektieren. Und hier müsste dunkel sein, wenn das Ganze ein Teilchen ist. Also das Licht. Ein Korpuskel, wie Newton sagte. Dann gucken wir uns das Bild an auf dem Schirm und stellen fest, hm, in der Mitte ist nicht dunkel, in der Mitte ist sogar besonders hell. Und wir haben so helle und dunkle Stellen, aber in der Mitte ist es am allerhellsten, da wo genau der Spalt im Weg war. Was sagt uns das jetzt? Teilchen, Welle, ihr solltet wissen, dass das Ganze ein typisches Interferenzmuster ist, was wir jetzt hier haben. In der Mitte ist es in der Mitte besonders hell. Warum ist es in der Mitte besonders hell? Weil sich da Wellen überlagern können, das heißt, das wäre das Maximum nullter Ordnung. Also, Licht verhält sich auf jeden Fall wie eine Welle. Ganz eindeutig mit diesem Versuch. Können wir auch die Wellenlänge rausfinden? Wie könnte man das machen? Wir wissen ja so ein paar Grundlagen über Wellen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also jetzt geht es ans Messen. Wir gucken mal, dass wir einen Strich so ziemlich genau in die Mitte des Nullten Maximums machen und jeweils ein in die... Das wäre unser erstes Maximum. Hier hätten wir unser zweites Maximum. Drittes und so weiter. Und auf der anderen Seite auch erstes Maximum. Und in der Mitte das Nullte natürlich. So, jetzt gucken wir, wie groß ist denn der Abstand der Maxima? Und stellen fest, wenn wir das Ganze haben wir extra auf Millimeterpapier, geworfen, so dass man gut messen kann, dass wir so ungefähr 5,5 Millimeter Abstand haben. Also etwas mehr als 5 Millimeter. Zwischen 5 und 6. Also ungefähr 5,5. Nicht ganz genau. Jetzt überlegen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Und was wir sonst noch messen können. Wir brauchen den Abstand zwischen Schirm und Gitter, beziehungsweise Doppelspalt. Und den nennen wir E für Entfernung statt Abstand. Kann man auch anders nennen. Wir wissen hier, in welchem Abstand da hinten die Maxima waren. Das hier ist ja unser erstes Maximum. Und das war das Nullte. Und wir wissen meistens, weil es auf so einem Schirm draufsteht, also im Doppelspalt draufsteht, welche Spaltbreite das hat, beziehungsweise welchen Spaltabstand von der einen Mitte zur anderen Mitte. Also Mitte von dem ersten Spalt zur Mitte von dem zweiten Spalt. Das kann man D nennen. Manchmal wird es auch B oder G genannt. Deshalb ist das mit dem Buchstaben hier ein bisschen schwierig. Ich nenne es jetzt D, weil es bei euch im Buch so genannt wird und auch in eurer Formelsammlung. Die Entfernung zum Beispiel, die heißt in der Formelsammlung Entfernung. Die heißt in eurem Buch aber Y. Das ist dann ein bisschen verwirrend. Und der Abstand hier hinten, also dieser Abstand hier, der heißt in der Formelsammlung A. Und in manchen Abituraufgaben auch. In eurem Buch heißt der aber X. Ist ein wenig verwirrend. So, jetzt überlegen wir. Hier kommen jetzt die Laserstrahlen als parallele Wellen. Und ich zeichne jetzt nicht alle ein, dann werde ich ja hier verrückt. Dann kommen die hier an. Und dann breiten sie sich ab den Spaltenkreis förmlich aus. Und das bedeutet, wir haben hier, da wo die sich überlagern, auf jeden Fall ein, hier in der Mitte, ein Maximum. So wie es zu erwarten war. Jetzt kann ich damit aber immer noch nicht sagen, wieso denn eigentlich ich die Wellen, also wie man denn die Wellenlänge herausfinden kann. Da gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Wir gucken uns das Ganze noch ein bisschen näher an und schauen uns ein bisschen die Geometrie an. Fangen wir mal hier an. Also von unserer Geometrie haben wir da hinten den Doppelspalt. Den gucken wir uns ein bisschen näher an. So, und natürlich unsere Entfernung. Und da hinten den Abstand. Und wir wissen, da wo wir ein Maximum haben, da haben wir einen Gangunterschied von einmal Lambda beim ersten Maximum, zweimal Lambda beim zweiten Maximum und so weiter. Also ganz allgemein wäre jetzt also Delta S gleich N mal Lambda oder K mal Lambda, je nach Buch- oder Formelsammlung unterschiedlich. So, wir haben jetzt hier schon mal ein Dreieck. Das wird gebildet aus dem E, der Entfernung E hier unten. Und dem Abstand hier hinten, also dieses Stückchen. Und diese Strecke sind schon mal zwei Seiten eines Dreiecks. Und die dritte Seite ist diese lila Seite da oben. Und hier gibt es einen Winkel zwischen, der heißt Alpha. Und hier haben wir ein rechtwinkliges Dreieck, weil das wurde von der Mitte bis hinten auf den Schirm, das ist auf jeden Fall ein rechter Winkel, sollte zumindest so sein. Da haben wir schon mal ein Dreieck, mit dem man etwas anfangen kann. Denn mit rechtwinkligen Dreiecken kann man wunderbar rechnen. So, außerdem gucken wir uns diesen Spalt nochmal näher an. Da ist unser Doppelspalt, hier ist das eine Loch, da ist das andere. Ab da schauen wir uns sozusagen die Linien, die die strahlen an, die dann von da aus abgehen und auf den Punkt oben A1 treffen. Also auf unser erstes Maximum treffen. Und die sind ja unterschiedlich lang, weil die ja unterschiedliche Strecken zurücklegen. Ist kein großer Unterschied, aber ein bisschen Unterschied. So, und um diesen Unterschied herauszufinden, können wir hier wieder ein rechtwinkliges Dreieck machen. Hier haben wir unseren rechten Winkel, so auf der Seite oder auf der Seite. Und dieses Stückchen hier, das ist unser Gangunterschied. Das ist, was die Strecke unten länger ist als die obere. Delta S. So, und wir kennen noch eine Seite dieses Dreiecks. Und das ist hier dieser Abstand zwischen der Mitte von dem einen Spalt und der Mitte von dem anderen Spalt. Das ist nämlich unser D. So, jetzt, wie gesagt, mit Dreiecken kann man rechnen. Wenn wir ein rechtwinkliges Dreieck haben, dann ist die lange Seite die Hypotenuse. Und dann haben wir eine Ankathete, das ist die Seite an dem Winkel. Hier können wir nochmal den Winkel Alpha einzeichnen. Das ist netterweise der gleiche Winkel Alpha wie da unten. Da müssen wir jetzt schon wieder in Geometrie einsteigen. Das habt ihr aber in der sechsten Klasse mal gemacht mit Gegenwinkel, Stufenwinkel und so weiter. Das heißt, ich hoffe, euch ist klar, warum das Ganze der gleiche Winkel sein muss. Und dann können wir eben schön rechnen. Jetzt haben wir noch die Gegenkathete. Die steht jetzt leider über dem Gangunterschied. So, und das heißt, wir können gucken, Gegenkathete kennen wir und Hypotenuse kennen wir. Also die Gegenkathete kennen wir nicht, aber das ist eigentlich das, was wir suchen und die Hypotenuse kennen wir. Das heißt, damit können wir was anfangen. Der Sinus Alpha ist nämlich genau die Gegenkathete zur Hypotenuse, also wäre das hier Delta S geteilt durch D. Bei dem anderen Dreieck haben wir auch ein rechtwinkliges Dreieck. Da haben wir auch eine Hypotenuse. Das ist diese lange Linie von der, also diese lila eingezeichnete Linie, die kennen wir nicht. Wir können aber die Gegenkathete wunderbar messen. Das haben wir nämlich gerade schon getan. Und auch die Entfernung vom Doppelspalt bis zum Schirm kann man wunderbar ausmessen bei einem Versuch. Und das ist unsere Ankathete. Und Gegenkathete durch Ankathete ist der Tangens des Winkels Alpha. Das wäre also hier die Strecke A geteilt durch die Strecke E. Cool. Wir haben zwei Dreiecke, mit denen man den Winkel Alpha ausrechnen könnte. Und wenn ich den Winkel Alpha kenne, also das hier kann ich ja genau so abmessen und nachlesen, weil ich das alles messen kann. Na, A ist eigentlich A, N, je nachdem welches Maximum ich betrachte. Also A fürs Erste Maximum wäre dann A1, A fürs Zweite Maximum A2 und so weiter. Und ich kenne die Strecke E als Entfernung von Doppelspalt zum Schirm. Und hier oben habe ich noch ein Dreieck. Und da suche ich Delta S. Das suche ich, aber das kann ich ausrechnen mit Sinus Alpha mal D. Und den Sinus Alpha, den kann ich ausrechnen, wenn ich den Winkel habe und den kriege ich aus Tangens Alpha. Okay, probieren wir das Ganze mal aus. Was ist denn jetzt die Wellenlänge unseres Lasers? Jetzt geht es ans Rechnen. Erstmal wissen wir von eben, der Sinus des Winkels Alpha ist Delta S, also der Gangunterschied, durch D, die Breite dieses Spaltes oder der Spaltabstand von den beiden Spalten. Und Delta S ist N mal Lambda. Also je nachdem, welches Maximum wir betrachten, haben wir das erste Maximum wäre dann eben 1 mal Lambda. So, da wir ja Lambda suchen, stellen wir das Ganze um und dann haben wir Lambda gleich Sinus Alpha mal D. Außerdem haben wir das andere Dreieck mit Tangens Alpha ist gleich A N, also der Abstand vom 0. Maximum zum 1. Maximum oder zum 2., 3. Maximum etc. geteilt durch die Entfernung E vom Doppelspalt bis zum Schirm. Jetzt können wir rechnen, denn wir kennen ja die Werte. Wir wissen, der Abstand der Maxima zum 0. bis zum 1. war 5,5 mm. Die Entfernung von Spalt zur Schirm war 2,1 m. Jetzt machen wir das netterweise, dass wir das umrechnen in Meter, weil wir können ja nicht Millimeter durch Meter teilen und sagen, es klappt schon so, sondern wir müssen das erste umrechnen in Meter. Dann haben wir 5,5 mal 10 hoch minus 3, denn 1 mm steht für ist gleich 10 hoch minus 3. Und dann kommen wir auf einen Wert. Das könnt ihr mit dem Taschenrechner ausrechnen, das könnt ihr aber auch mit Georgiebra ausrechnen. Und wenn wir von diesem Wert haben, von diesem 0,00262, dann nehmen wir davon den Arcus-Tangens. Das ist Tangens hoch minus 1 oder auf Shift drücken und Tangens beim Taschenrechner zum Beispiel oder bei Georgiebra Arcus-Tangens. Dann kommen wir darauf, dass der Winkel Alpha 0,126 Grad ist. Jetzt könnten wir zwei Sachen machen. Jetzt können wir den Winkel haben, dann können wir davon wieder den Sinus nehmen und hier oben einsetzen. Aber es gibt noch einen besonderen Trick. Wenn Alpha kleiner als 5 Grad ist, dann dürfen wir sagen, der Sinusalpha ist genauso groß wie der Tangensalpha. Das ist die sogenannte Kleinwinkelnäherung. Das ist sehr praktisch, weil dann braucht man nämlich nicht ganz so viel zu rechnen. Ihr müsst aber trotzdem leider einmal diese Sache rechnen, damit ihr wisst, dass der Winkel gleich ist. Also kleiner 5 Grad ist, damit ihr wisst, dass es gleich ist. So, jetzt können wir den Wert hier, die 0,262, einsetzen in GeoGebra. Ich muss hier eine andere Farbe nehmen. Das ist dieses hier. Und das ist unser D, unser Abstand. Wir setzen es also in diese Formel hier ein. Und da das D auch in Millimeter war, müssen wir wieder 10 hoch minus 3 eingeben. Und der wird euch erstmal sagen 0, wenn ihr das bei GeoGebra macht. Ihr müsst also einmal in den Einstellungen auf drei signifikante Stellen gehen. Sonst kriegt ihr 0 als Ergebnis. Denn ihr seht schon, unser Ergebnis Lambda, die Wellenlänge sind 0,000000655 Meter. Das ist jetzt wirklich etwas, was echt sehr, sehr klein ist. Das heißt, da sollten wir jetzt einmal umrechnen. Also 6 Stellen. 10 hoch minus 6 wäre Mikrometer. Das heißt, wir wären jetzt hier bei 0,655 Mikrometer. Oder wir rechnen es in Nanometer um. Und so macht man das normalerweise mit Licht. Eben, weil es so klein sind. 10 hoch minus 9 sind Nanometer. Also eigentlich mal einen Meter dahinter. Das heißt, wir haben 655 Nanometer ausgerechnet oder gemessen. Und das ist total super, denn auf unserem Laser steht drauf 651 Nanometer. Und da sind wir verdammt nah dran. Also man kann tatsächlich die Wellenlänge eines Lasers bestimmen mit einem einfachen Spalt. Also einem doppelten Spalt in diesem Fall natürlich. Und einem Schirm, wo man gut ablesen kann. Also zum Beispiel mit Millimeterpapier. Ja, das war's schon. Schön, dass ihr da wart. Danke fürs Zuschauen. Mehr Infos findet ihr auf jeden Fall unter Leifi-Physik. In deinem Physikbuch, also zumindest im Cornelsenphysikus S2 Qualifikationsphase steht das auf Seite 158 bis 59. Aber leider mit etwas anderen Buchstaben teilweise. Und ja, die Links für Leifi-Physik und so weiter packe ich euch unten rein. In GeoGebra findet ihr auch noch ganz tolle Sachen dazu. Auch das findet ihr dann in der Beschreibung als Link. Tschüss! 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 Tschüss!